Sie wollen Stress abbauen, Erfolge bewegen und das allgemeine Wohlgefühl steigern? Mit der Wingwave-App für iOS und Android stärken Sie spürbar Ihre innere Balance, Ihr mentales Potenzial und Ihr allgemeines Leistungsvermögen. Die Wingwave-Musik wirkt neben ihren ausgleichenden, positiven Melodien vor allem durch einen Links-Rechts-Takt. Über Kopfhörer werden abwechselnd die beiden Gehirnhälften auditiv berührt. Die App enthält bereits ein kostenloses Teststück zum Kennenlernen. In unserem Store können Sie sich dann innerhalb der App weitere Titel herunterladen. Für Ihr persönliches Soundcoaching kombinieren Sie die Musik einfach mit unseren zahlreichen Übungen. Und für minutenschnellen Abbau von Blockaden nutzen Sie die positive Macht der Wörter mit unserem Magic Words Tool. Zu einem Thema, das Sie stresst, suchen Sie sich zwei Wörter heraus, welche das unangenehme Stressgefühl am besten ausdrücken. Und wie möchten Sie sich lieber fühlen? Suchen Sie sich drei Wörter heraus, die Ihren Wunschzustand im Zusammenhang mit Ihrem Thema beschreiben. Wählen Sie noch eine passende Wingwave-Musik, setzen Sie Kopfhörer auf und lassen Sie Ihre Magic Words wirken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit der Wingwave-App. Im Moment Untertitelung des ZDF, 2020